Die besten Sommerdüfte, die du 2024 tragen kannst, unversprochen, damit riechst du garantiert nicht wie ein NPC. Ich habe euch meine Highlights von der Hoydorf-Parfümerie zusammengefasst und wir fangen an mit der besten Alternative zum Louis Vuitton Afternoon Swim, und zwar der Panadora Forever Love. Ja, abgesehen von diesem richtig krassen Flakor, der Duft wie eine bessere Variante des Afternoon Swim, frisch, aquatisch, fruchtig und was für mich ein wesentlicher Unterschied ist, ist die Haltbarkeit, die ist deutlich besser. Also wenn du wie ein Pool riechen willst, aufgeht. Der Isola Sol ist eines der letzten Releases und ist das Gegenstück zum Isola Blue. Ja, der war ja ein richtiger Sommerhit, beziehungsweise ist es immer noch. Und das Gegenstück dazu riecht genauso süß, aber ein bisschen cremiger, weicher und viel sanfter. Geht so in diese Richtung vom Soleil Blanc von Tom Ford. Finde ich extrem angenehm für Sommerabende und ist an sich nicht so krass zitrisch wie der Isola Blue selber. Wenn Du wie eine orientalische Fruchtexplosion riechen willst, dann ein Agile von Spirit of Dubai. Abgesehen von diesem krassen Flakor-Design, bekommst Du hier wirklich eine außergewöhnliche Kreation, die Du wirklich sonst nirgends riechst. Für mich geht das Ganze so in diese Richtung vom Argento, riecht aber überhaupt nicht gleich. Hat aber dazu viel mehr fruchtige Noten, eine Minznote und so einen orientalischen Touch. Und man bekommt noch so ein Reise-Etui immer mit. Wenn es nach mir geht, eines der besten Geheimtipps. Wenn Du den ganzen Tag frisch geduscht riechen willst, dann mit dem Inspirator von Christian Provenzano. Dieser Parfümeur hat seine eigene Parfümmarke rausgebracht und das riecht man um jeden Preis. Wenn man gut ankommen will und gar kein Risiko eingehen möchte, dann braucht man einen Duft, mit dem man frisch riecht. Und die Besonderheit dabei ist, dass der Duft wirklich den ganzen Tag hält. Frische, Aquatik und eine leichte grüne, holzige Note. Einfach richtig nice. Wenn Du wie ein Millionär riechen willst, dann Clive Christian. Aber welcher Duft denn genau? Meine Auswahl wäre auf jeden Fall der 1872. Damit riecht man wirklich richtig Old Money Style. Wenn Du gerne Loafer trägst, Justus heiß oder gerne Porsche fährst, dann ist er auf jeden Fall Dein Sommerduft. Der Duft ist wirklich sehr frisch, angenehm und hat so eine leicht Old School Note, die Dich wirklich sehr maskulin und erwachsen wirken lässt. Für mich der Duft für Millionäre im Sommer. Das beste Gesamtpaket bekommst Du wahrscheinlich mit dem Electrimus Imperium. Einfach eine Aventus ähnliche Note mit so einer leichten Vanillenote, die nicht zu stark ist für den Sommer. Wenn es nach mehr geht, absolut tragbar, weil er nicht zu süß ist und diese frische, herbe und leicht holzige Note im Hintergrund hat. Für den Alltag, für abends ausgehen, einfach perfekt. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommst Du mit dem Tarek und diese Marke gehört dem Gründer von Anfass. Und wenn Du beispielsweise den Rehaber von Anfass magst, dann wirst Du diesen Duft garantiert lieben. Denn der geht so in diese Richtung, hat aber einen leicht frischen Touch, dazu eine Minz-Menthol-Note und ist allgemein viel leichter und sanfter in der Luft. Die Marke ist nagelneu in Deutschland, ist auf jeden Fall ein Testwert. Den Link zu den Düften findest Du natürlich wie immer in der Bio. Was sind Eure Favorites? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare.